Ja, da sind wir wieder. Nachdem das Spiel mal wieder abgestürzt ist. Beim Klicken auf den blauen Kristall. Das ist nervig. Das heißt, ich darf die Sachen jetzt nochmal machen. Die ich gerade eben schon mal gemacht hatte eigentlich. Na, das ist ja halb so wild. Wir schalten den da nämlich aus. Packen wieder unsere Punkte in die Axt. Und hauen den da zur Klump. Dann hier rein. Boxenhaftig ein, bis du tot bist. Na, geht doch. So. Erdbuch. Das zu dir. Das zu dir. Das zu dir. Das kannst du nehmen. Wenn wir hier 10 wegnehmen. Das kannst du essen. Das kannst du auch nehmen. Dann kann die Kiste nämlich weg. Eine Fackel als Ersatz. So. Und dann müssen wir hier den Knopf finden. Genau. So. Quick Save. Damit das nicht gleich nochmal passiert. Wenn ich auf den Auto Save Kristall drücke. So. So. Iktrasil ist abgeschlossen. Als nächstes schließen wir auf Shadowlight Divide ab. Beziehungsweise. Wir kümmern uns erst noch um die anderen Sachen, die offen sind. So. So. Ja. Watchers sind pisst. Uns fehlt noch ein Shadow Ding. Weil mir fällt gerade so auf, das da leuchtet anders als die anderen beiden. Und das ist ja das Shadowlight Divide. Also. Geteilt Strich. Licht, Licht, Schatten, Schatten. So. Wie gesagt. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es mich da rein teleportiert. Aber da hat er ja wohl keinen Bock drauf. Weil da ist zwar Schrott im Weg, aber... Ich wüsste halt nicht. Ja, die Druckplatte halt, aber nee. Wie ich hier irgendwo einen Zugang öffnen könnte. Bin ich leider überfragt. Na gut. Wir haben aber wenigstens das geschafft. Habe ich eigentlich irgendeinen Blitzflächenzauber? Forcefield. Elektrokinetic Pulse. Nein, hier nicht. Whishwift. Deflect Missile. Repulse. Sheet Lightning. Area Effect. Kostet 120. Mich aber nur noch 60. Fünfmal Air Magic. Jo. Jetzt die nächste Frage ist... Äh... Habe ich hier auch irgendwas? Wildfire. 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 stark. Und damit wäre das auch gelöst. Der ist jetzt nicht mehr cursed. Fastest Dampfer I've ever seen. Let's try not to lose this one. Naja, Speed for 1.20. High Attack Speed and Rear against the Lightning Speed Trade. Ja. Gut. Das wäre die Sache gewesen. Fallen May Pass. Das war auf jeden Fall ein Altar des Lichts. Da war auch Fallen May Pass. Und hier ist ein Altar des Lichts gewesen, ja. Fallen. Ich muss jetzt gerade überlegen, wo der letzte Altar des Lichts gewesen sein könnte. Ich glaube nicht hier bei Saruman. Ich glaube nicht hier bei Saruman. Einer von denen. Hier war ein Altar. Wenn nicht, muss ich halt wieder im Walkthrough nachgucken, bevor ich hier hin und her irre und es mir nicht mehr einfällt, wo der Altar war. Ja, die Säule und das können wir hier alles nicht mehr erkunden. Neben Säule. Open, open, open. No, no, no. Ja, no. No, no, no. Das hatte ich dabei da übrigens auch schon gelöst, ja. Das war nämlich die eine Sache mit dem Runterfallen. Hier. Mhm. X, 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 X. Ah, das ist das, ähm... Der Forzen North gewesen. Ich wollte mal sagen, ich begebe mich wieder in die Horus-Mien. Von hier aus muss ich da nur... ...welchen Weg am besten nehmen. You are not in the Dreamfields. Oh, ach so. Ja, gut. Äh, wenn ich hier runterfalle, lande ich hier irgendwo. Ja, dann lande ich in dem Raum. Kann wieder hier hoch. Ne, hier gehe ich runter in den Raum da. Stimmt. Und von hier aus... ...dürfte es ein leichtes sein, in die Horus-Mien zu kommen. Und ich habe vergessen... ...Federfall zu aktivieren, aber egal. Ich bin nämlich jetzt wieder hier unten. Jetzt muss ich nur noch einen Teleporter finden. der mich wieder hochbringt. Ah, ja, sehr schön. Ja, ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob bei Saruman nicht... ...doch ein... ...Otto of Light gewesen ist. Ah... ...Können wir denn für was gebrauchen? Einfach mal Zeug reinpacken, hä? Steine, die wir nicht brauchen. Nur jetzt, Trank. Gut. Es könnte nämlich nämlich auch sein, dass in der Underworld der letzte... ...Altar ist. Ich bezweifle es zwar stark, aber es könnte möglich sein. Beuhunruhigendes Leuchten. So. Äh, laufe ich richtig? Nein, ich laufe in... ...diesen Bereich hier. Da will ich aber nicht hin. So, den überschüssigen Sack mal hier lassen. Und wie gesagt, den Dolch, da finde ich gar nicht mal so schlecht. Hat zwar nicht so viel Attack-Power, ...hat aber verdammt viel Speed. Eww. We have not found all the foreign relics yet. They can be found in the Underworld. Also, the machine is the sleeping board from... ...yeah. Power Game habe ich gefunden. Ancient Reapon und... ...Ice. Das Leben in... ...Legendary Ice Sword. Ja, Destroy the Six Power Sources to stop them. Ja, Underworld ist wie gesagt die Seite. Wir waren noch mal in den hohen Norden. So. Und zwar hier drüben hin. Und Sicherheitshalber ein Quicksave machen. Oh, ein Pfeil, den wir vergessen haben. Schon mal praktisch. Und Tatsache, das geht... ...so wieder auf. So. So. So, jetzt wieder zu. Das war schlecht getimed. Aha, falscher Weg. Ja, das war wirklich schlecht getimed. Aber jetzt wissen wir es wenigstens. Okay. Das bringt mich gleich hier raus und gibt mir noch einen Schlüssel. Ernsthaft? Ja. Ja, der kann da so die Schlüssel sammeln. Schön von mir aus. Oh, wenn er... Wer hat dich denn geweckt? Oh, noch mal. Was? 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 Was?